was ich gleich gemacht habe aus langer weile oh man jetzt kommt ja ich was hast du denn gemacht wachsdorf siehst du doch gleich oder siehst du auch nicht also sehe ich jetzt doch nicht ich hab mir schon gehört hast du verloren ich hatte gerade besiegt hast du nicht dann hätte ich ihn ja bekommen nee wieso denn du brauchst ja ein item von ihm na toll also muss ich ihn auch besiegen ja dann komm ich greife ihn an ich helfe dir nein lass uns das machen wenn mein boost weg ist also wenn ich noch boost habe will ich hier ehrlich gesagt das ausnutzen ja okay ich helfe dir der war voll easy ja früher war der richtig schwer aber mit deinem frontier digimon ist das auch kein wunder ehrlich gesagt seine zweite attacke macht nur 2863 schaden nur das ist eigentlich gar nicht so wenig hä normal die anderen haben am 3000 drüber welche anderen ja die ganz normalen digimon auf mega nein nein natürlich guck mal deinen rapidmon an der macht locker 3000 ich bin aber gerade nicht rapidmon ich bin mega gargomon ja dann gucken wir auf mega gargomon was für seine zweite attacke an schaden ich hab aber nur seine erste bis jetzt du dringst auf x gehst auf skills und dann guckst du ich weiß aber ich kann gerade nicht ich muss kämpfen seine zweite attacke ist aber nicht so stark das weiß ich noch äh skills zweite attacke 3869 ne siehst du ist nicht so stark ja meine hat nur zwei attacken und hat 2863 2000 2000 ja meine macht 3000 ja aber meine macht trotzdem mehr damage als deiner wolltest du das wissen weil ich das weiß wollen wir gegeneinander kämpfen und es herausfinden ja komm ja wenn es gehen würde nein aber er ist echt stark er hat ja nur eine digitation ja diese digimon sind nun mal auch stark es sind ja nicht umsonst äh fronte digimon die sind alle stark hier oh ich seh dich hat dein dingster jetzt eine aura drumrum bekommen ja ne also ich hab nur die anfangs aura noch ne richtige aura gibt es erst auf level 46 mein salomon hat ja ne rote aura weil er 125% hat mhm 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 15 minuten noch dann ist der auch weg der boost karni ki warte auf mich nein mike mmhm mhm mhm Ich habe nichts verstanden, dort ist Garderobe verstanden 84 84 84 84 Es sind nur 3 Ja, 83 habe ich doch verstanden Alles klar 86 meine ich So, Esserrore 1000 Jahre zum Verrecken hier Wir kommen uns gerade selbst in die Queere, ist dir das klar? Ich schwere Magnamon, guck dir das mal an Was, Magnamon? Wo ist ein Magnamon? Nein, hier Achso Einmal reinkommen Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß Da ist ein Sabaleomon, ne? Ich weiß, das können wir gleich machen, ich habe nicht mehr lange Boost 13 Minuten noch, dann ist der Boost weg Bis dahin schaffe ich auch noch mit beiden Sachen einmal Level Up Mit Tamer und mit Digimon Das hoffe ich auch, dass ich das noch einmal schaffe Das schaffst du doch bestimmt Ich hasse das, wenn er die ganze Zeit daneben haut Okay, Digimon ist schon mal Level Up Bist du mit deinem Burning Greymon immer noch Level 40? Ja, ich habe keinen 1000% Boost Ja, tut mir leid, dafür guck dir mal dein Thema an Ich hätte diesen Boost behalten sollen und selber benutzen Genau, das würde ich dir sogar zutrauen Vielleicht habe ich sogar einen 2000% Boost Ja Vielleicht habe ich auch einen 10.000% Ich habe echt einen 2000% Boost Ja, den kannst du mir gleich geben, den aktiviere ich gleich auch nochmal Ne, den benutze ich gleich Oha Nein, Mann, Spaß Ich glaube, es gibt kein 2000% Boost Doch, gibt es Das ist ja zu heftig Gibt es aber trotzdem Nein Doch Nein Doch Wenn ich sage Doch Dann meine ich auch Doch Wieso kann man dann nicht Nein meinen, wenn man doch meint? Ich bin Aber wenn man zu Nein, Doch sagt, dann ist man doch trotzdem zu Nein und Doch Oder nicht? Ja Okay, Roboter Ja, 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 hörst du mich nicht? Ja Ja Ich glaube, der Sabadeon ist hier gleich tot Weil er mich gleich Yeah, level up Yeah, Glückwunsch Du bist geworden Das habe ich jetzt nicht gesagt Du wolltest das aber sagen Das wollte ich nicht sagen Nein, da irrst du dich Warum ist dein Ding mal so klein? Hä, der ist nicht klein, der ist groß So groß ist der nun mal Ich laufe dir von hinterher Wie lange hast du noch? Zehn Minuten Noch ganze zehn Minuten Hast du das jetzt eingestellt, dass du die Items kriegst? Welche Items? Achso, nee, muss ich gleich machen Ich weiß nicht mehr, wie das geht Guck mal, du klickst auf Deinen Namen, ne? Ja Rechtsklick Da steht da The First Attacker Optinate Oder All, ne? Ja Nee, da steht Dann drückst du auf All Ja, habe ich ja schon All Und jetzt öffnet sich bei mir noch eine Leiste Hast du? Aber das geht irgendwie nicht Oh, ich habe mich rausgeklickt aus dem Spiel Ja, dann komm mal einmal kurz her Greif mal kurz sauber Leomon an Dann kannst du wieder abhauen Nein Es geht ja nicht The First Attack All Ja Ja, dann musst du ihn doch nur einmal angreifen Ah, ich weiß jetzt wieder, wie es geht So Passt du es? Ja, hat er ja gut Warte Kann man das Item weitergeben? Nee, das Charakter Nee, das kann man nicht Das kann man nicht weitergeben Ja, okay Dann mach das wieder normal, du Penner Hä, wieso soll ich das wieder normal machen? Ja, weil das Sabaleo mal Charakter gebunden ist Und ich glaube nicht, dass du das einsammeln kannst dann Ist doch egal Ich kann es dir trotzdem so lassen Nein Dann kriegst du alles von mir Nein Ich krieg nur Das heißt nur, dass jeder alles aufheben kann Ach so Ja, okay Ich sag dir Bescheid, wenn er tot ist Dann kommst du es abholen Ich werde meine zweite Attacke machen Sabaleo mal fast 10% weg Ja gut, ich habe ja nicht meine zweite Attacke momentan Ich weiß gar nicht Ach, da hinten bist du Ich komme auch schon mal ungefähr in deine Richtung In acht Minuten ist sowieso der Boost weg Ich höre, dieses Digimon frisst mir so viele Tränke weg Ja, wenn ich die zweite Attacke mache, ist es ein ganzes DS weg und ich muss das neu aufladen Oha, helft dich Ja, auch wenn das steht nur 2000, dann macht richtig viel Damage Guck mal, wie viele Minuten habe ich gesagt, Sabaleo Mann, guck mal, er ist tot schon Schon? Ja Aber kommt jetzt auch das Item und kann ich es auch aufheben? Ja, hebs versuchen wir auch zu heben Nee, das ist kein Item Sag ich doch Also das kann ich aufheben, aber das gehört ja dir, das will ich jetzt nicht aufheben Ja, dann machen wir das gleich Ja, in sieben Minuten ist der Boost weg und dann greife ich einmal an So lange greife ich jetzt hier noch ein bisschen an Wo ich dieses Spirit bekommen habe, ne? Ja Und ich dann meine zweite Attacke freigeschaltet habe Ja Bin ich einmal hierher gekommen, da war ich Level 6 oder so, ne? Ja Ich habe die One-Shot enthielt Okay Nicht schlecht Sehr toll Gibt eine? Okay Ja So, die ganzen Digimon habe ich hier ausgelöscht Vernichtet Ausgerottet Ich habe mit Magna-Amo kann man bestimmt richtig schnell Missions Ja, natürlich, mit AOE-Attacke Und dann mit so hoch pushen, dass er richtig stark ist Und dann gebe ich ihn einer Hey, wo kann ich das denn aktivieren? Was? So, be-only-use-in-the-crack-of-deby-mongen Ich versuche jetzt hier ein bestimmtes Digimon zu spawnen Okay Da bin ich mal sehr gespannt drauf Sag Bescheid, wenn es geht So lange kämpfe ich hier noch Oh, schaffen wir noch ein Level mit dem Digimon? Das wird aber knapp Wir könnten es schaffen, wenn wir jetzt fix reinhauen Fixe, bixe, bixe So, und, geht das bei dir? Ich weiß nicht Ich habe noch 17 Versuche Du hast 5% Chance, dass dieses Digimon kommt Achso Ich weiß nicht mal, was für ein Item du da benutzt Data Access Oil Okay So ein gelber Stamm Das sagt mir ehrlich gesagt jetzt Achso Ich glaube, die habe ich auch noch Ja, es ist gekommen Es ist gekommen Monodramon Data Access Coil Ja, das mache ich auch gleich mal Wenn der Dings weg ist So Vier Minuten noch Okay Der ist stärker als Sabaleomon Echt? Oha Dann muss ich es auch versuchen Das mache ich lieber mit dir zusammen gleich Vier Minuten noch Dann ist das auch weg Eigentlich macht man das auch mit Thamer Level 70 oder so Oh Okay, dann bewahre ich dich vielleicht doch noch ein bisschen auf Die Teile Wieso? Die Items kriegst du ja trotzdem Ja, aber wenn ich es jetzt benutze Und dann kommt was Und dann kann ich es nicht besiegen Wozu dann benutzen? Wieso? Ich bin doch da Ja, aber wenn selbst du es nicht schaffst gerade Ja, natürlich Der ist doch gleich tot Ich habe nur gesagt, dass er ein bisschen stärker ist Ja, und dann werde ich ihn bestimmt nicht schaffen Doch, locker Easy Versuch einfach Ne, mache ich gleich Wenn nicht, ich helfe dir Noch habe ich drei Minuten Burst Äh, Burst Boost Und Monodramon ist Togo Was kriege ich von ihm? Ah, Sabaleomon kommt gleich auf mich zu Soll ich ihn dir fernhalten? Nein, nein, nein Er ist noch weit genug weg Oh, mein Digimon ist Level ab Ja, ich habe gerade Ich kämpfe ja gerade mit Yeah 43, noch drei Level Und er hat seine zweite Attacke Vielleicht schaffe ich noch ein oder zwei Dex, Doruk, Raymon Aber damit war es das auch Dann ist der Burst auch weg Äh, Burst, sag ich immer Boost Mann Wie viele Minuten hast du noch? Zwei Nur Blödes Es sind gerade alle ausgestorben Ich sehe einfach keins mehr Habe ich gerade gemerkt Ja, egal Dann komm zu Sabaleon Ne, warte Ich habe noch welche gefunden Und dann komme ich Die zwei Minuten Das hältst du jetzt wohl auch noch aus, oder? Ne Ja, dann hast du Pech Ich oder du? Du Es lohnt sich auf mich zu warten Ich bin es wert Nicht Doch Ich bin es wert Wir müssen schnell Level 50 werden Warum Level 50 Und dann kriegst du ein Digi-Act Level 50 Und warum müssen wir das schnell machen? Ich will ein neues Digimon Ja, ich auch Ich will immer noch Salamon Wenn du Schau Aber du hast richtig Glück Und du kriegst Salamon Ja, ich würde mich freuen Ich muss mir einen Engelsspeer besorgen Heiligen Speer Warum? Ein Seraphimon Du meinst Uphanimon Nein, er meint doch Uphanimon Schön Anstatt mir dann diesen Heiligen Speer zu geben Sobald ich nehme Sobald ich nehme ich meinen Salamon ab Verräter Jetzt machen wir da hinten Bring Plätzen Billige Plätze Du bist auch gleich mit Level up Nee, noch nicht Billige Plätze Du vergisst wohl Wem dieses Let's Play hier gehört Ja, ich Mir gehört der Wenn ich dir die Schoß stehle Ja, dann Ja, dann lad das doch mal auf deinen Kanal hoch Okay, mach ich bald Okay Das will ich dann aber auch sehen Kein Problem So, mein Dings ist weg Mein Boost Ja, dann geht so Dings versorber an Leo Bin auf dem Weg Ich muss ihn erstmal finden Wenn er irgendwo noch lebt Ja klar, wir sind ja die einzigen hier Der muss ja irgendwo sein Hey, hier in der Ecke Wir haben ihn eingekessigt Läuft Jetzt wird er sterben Du kommst hier nicht weg Ich werde euch umbringen Nein, wir werden nicht besiegt Stop Komm mal jetzt in meine Attacke So Ich digitier aufs Mega Soll ich Patamon zur Hilfe holen? Wieso Patamon? Ich kann tauschen Ich hab Battle Tags Ja wow, ich glaube aber das Digimon hier Hilft mehr als Patamon Guck mal, wie schnell der Down geht Ja Früher war der echt viel stärker Nein Einfach mein Spirit Digimon ist einfach zu heftig Ich weiß Und das regt mich auf Aber ich will es nicht wahrhaben Ich suche nach Ausreden Ich hätte ja gerne noch eins Ich brauche ja nur noch ein Buch Dann habe ich ja eins Aber Das Buch ist nun mal nicht einfach zu finden So Jetzt müssen wir die normalen Digimon weiter killen Ach ne Ich wollte ja noch diese Beschwörungsteile machen Willst du nicht hierbleiben? Da Gleich ran Tschüss Willst du nicht mithelfen? Nö Bist du richtig arsch Ich helf doch gerade Wie viel hast du noch von diesen Phönix Federn Wie ich sie jetzt mal nenne Zehn Stück Ich habe Warte ich glaube ich 27 Ich hatte 30 Stück 20 habe ich jetzt geopfert Und habe ihn jetzt zweimal beschwören können Achso Kommt immer ein Maschinen-Dramon da raus? Nein 5% Chance Dass da ein Maschinen-Dramon kommt Ja Aber wenn diese Chance besteht Es ist immer ein Maschinen-Dramon Achso Keine Ahnung Was ist das? Davon bohrst du 100 Stück Alles klar Wow Ehrlich? Ja Ich meine ja alles klar Wie soll man das denn erreichen? Ja Willst du jetzt weitermachen? Mission Oder willst du erst mal dieses Ja Lass uns Lass uns normale Digimon Also die normale Mission Wieder machen Das ist für Yoga-Quest Okay Also DNA-Digitation-Quest Hinter dir Hast du den aktiviert? Ja Die ganze Zeit schon Ich mache das gerade auf dem Weg Du schaffst das bestimmt auch unheimlich Ja Vielleicht Ich meine Viel Schaden macht er jetzt nicht Mit meinem ganzen Essen Schon Aber Es wird immer sehr knapp Also kannst du ruhig helfen Hast du gerade noch einen aktiviert? Warum? Ich aktiviere die Oh Ich aktiviere die ganze Zeit Warum? Ich habe aber keine mehr Ich habe noch ganz viele Ja Aktiviere die die ganze Zeit Warum? Wir müssen die doch auch killen können Ja Machen wir doch So Ich aktiviere Oh Ich bin fast tot Ja Alles klar So viel Schaden Machen die gar nicht Ich bin fast tot Ich bin einfach retten Scheiße Die sind doch ein bisschen stärker Als gedacht Für mich ist das ganze Spannend Ja Ja genau Was? Guck mal Wenig Leben ich verliere Du warst jedenfalls fast tot Ich weiß Aber du hast auch schon fast Hälfte Du hast Hälfte verloren Ne Habe ich gar nicht Schön dass ich auf meinen Tamer achte Aber nicht auf meinen Digimon Kann ich dir nicht aufheben Warum du? Ich habe dir als erstes angegriffen Er scheint ja nicht Vielleicht weil ich ihn beschworen habe Tja fick den Ich mache es selber Tschüss Hallo Kannst du mir mal helfen? Was? Ja dass du so Dingslar Dass du so schnell tot bist Ja Tut mir leid Dass ich kein hyper Übertriebenes Digimon Hab wie du Ich glaube du willst kein Spirit Digimon Die fressen so viel Nahrung Ich will trotzdem eins haben Und ich habe ja noch so extrem viel Nahrung Das ist ja kein Problem Dieser Maschinedramon Frisst gerade auch viel Nahrung Weil ich ganz viel Nahrung verwenden muss Ich habe noch welche Äh hier ist ein neuer Ich brauche Hilfe Hier ist noch ein Maschinedramon Das ist schon wieder Ja ich habe noch ganz viele Ja dann aktiviere alles Drück drauf ohne Ende Ja okay Ja man muss immer warten Es gibt immer ein bisschen Abklingzeit Da ist noch einer Äh Die greifen mich alle an Warum hilfst du mir nicht? Äh mach ich doch Siehst du das ne? Nein ich sehe nur die Maschinedramon In meinem Bild Alter leck mich Jo ich bin fast tot Boah wie das ruckelt Drückst du überhaupt erst gar keine mehr ne? Ich kann kein Essen benutzen Es lebt Es Doch war das knapp Lach nicht Angriff der Mugen Wie heißt das Monodramon Es heißt Maschinedramon Monodramon ist ein anderes Digimon Es kommt wieder hier heißen Mugen Ja aber heißt für uns Deutsche Maschinedramon Sooo Ich glaube noch einer erscheint jetzt gerade nicht Guck mal du bist auch fast tot Dann bin ich gar nicht Oh doch Oh doch das bist du Wir sind richtig Da kommt noch einer Der Digga ruft einfach noch einen Er hat so gesagt Sollt ihr alle benutzen Irime Irime? Oh Rime Lotus Wie Lotus Der Charakter hinter dir Achso Ja und Was ist so schlimm daran? Hast du was gegen Lotus? Halt einfach dein Maul Halt einfach dein Maul Spiel einfach Spiel einfach Sonst lasse ich dir komplett aus Okay Ich lauf jetzt weg Komm Nein Nein Der wird dir folgen Dann hat er wieder voll Leben Hinter mir ist noch einer Lass mal die andere angreifen Welche andere? Lass sie mal kriegen Wen? Jetzt boh mal vor ihr welche Damit hier Digimon angegriffen wird Ach was Nein Oh Mann Ich bin nicht Ich bin nicht so gemein Wie du Hey die geben voll Felix Pee die Dinger Findest du? Ja Kostet mich sehr viel Essen Ja ja das stimmt So sechs Stück hab ich davon noch Wie viel hast du noch? Sechs Ja dann los Hau raus die Scheiße Ja okay Einer hab ich aktiviert Leider nichts Noch einer Leider auch nichts Noch einer Leider auch nichts Noch einer Noch einer Ja 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 Ist das nicht schön Also damit einfach alle Eintesten Ja Soll ich's wieder umstellen Dass jeder nur seine eigenen Machen kann? Nein alles gut Mir ist das egal Ich weiß nicht mal ob ich diese Teile haben will Weil Ich hab keine Lust so viele davon zu sammeln Du musst hundert Stück später haben Egal welchen Jungs du willst du machst Warum? Wenn du zum Beispiel Omega Moon machen musst Nein Nein Ich glaub das sind verschiedene Keine Ahnung Für irgendein Digimon Musst du diese Machen Okay Ich weiß nicht welches Ich glaub für diesen blauen Drachen Den du hast Nee Die kann ich so machen Ach Google das einfach Egal Ich hab keine mehr Das ist vorbei Bye Du Arsch Yeah Arschloch Äh was? Wer hat das gesagt? Ja Ich weiß es nicht So Wollen wir zu den Vicaralamon? Was für Wattdinger? Komm doch einfach mit Oder warum musst du noch Neodevimon killen? Wir müssen jetzt noch Meteormon killen Oh ja Stimmt Dann lass das hier vorne machen Hier sind die ganzen